Ja, hey Leute, hier ist wieder Maderik und willkommen zurück zum nächsten Teil von Tales of Sillia. Im letzten Teil haben wir die Nia Cara Heiligkuppel abgeschlossen und mussten nochmal gegen Agria und Pressa kämpfen. Und ja, wir stehen jetzt kurz vor Maxwells Heiligtum und schon mal als Warnung vorweg, ich finde, das ist eins der besten Gebiete überhaupt und auch von dem, was passiert ist, ist jetzt das Beste überhaupt mit im Spiel und ich denke, wir sind bereit, also lasst es uns angehen. What a strange place. Who's there? These are the temporal crossroads, which connect the human and spirit realms that I created. Are you Maxwell? Indeed, I am Maxwell, Lord of the Spirits. I never thought humans would reach this place. We've come a long way to ask you something. We want you to tell us about Mila. Hmm? We heard that you used Mila as bait. Can you tell us why? I see. You must have been her companions. Yes, we traveled together. She taught me to think about many things. About power. And what I must do. And then she died. That's when I finally realized what I should do. What I have to do. And what is that? Destroy the schism. It's the only way to save both Riza Maxia and Olympias. Fool. The outside is overflowing with Spirits. Do you wish to destroy all of Riza Maxia? Her reason for choosing death had eluded me until now. But now I am certain. You lot tempted Mila away from her mission. It is because of you she took such foolhardy actions. And now you plan to dispel the schism and bring about the end of the world. Maxwell please listen. The pain of my creation. Be gone from my world. What? vermutet wurde und Maxwell will nicht auf uns hören und greift uns nun an. Dieser Kampf ist cool und ich hoffe, wir schaffen ihn in unserer momentanen Zusammenstellung. Maxwell hat 70.000 KP und ist momentan schwach gegen Wasser und Resistenz gegen Feuer. Momentan bezieht sich auf dieses kleine Schild, was er unten dran hat. Das ist momentan rot, das heißt, er ist resistent gegen Feuer. Aber das Schild kann er ab und zu mal ändern, das heißt, er wird dann andere Schwächen und Resistenzen haben. Und ja, wollen wir doch einfach mal schauen, wie es läuft. Ja, das war seine Mystic Art, der Elementarmeteor-Sturm. Und das wird leider nicht das einzige Mal gewesen sein, dass wir den gesehen haben. In diesem Fall können wir in diesem Kampf nichts dagegen tun. Dieser Meteor-Sturm wird er automatisch immer wieder einsetzen. Und wir werden einfach mal weiterschauen, wie es ja, weitergeht. und ja, wir haben schon 20.000 KP abgezogen ist ja gar nicht so wenig. und jetzt hat er die Zeit gestoppt und nutzt irgendeinen großen Feuer-Skill, der uns ganz gut Schaden macht. Es geht nicht so wenigstens. 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 was wir machen. Das ist warum wir das tun. Warum wir gekommen zu fragen über Mila? Wir wissen die Wahrheit hinter Reza Maxia und warum du mit Mila als Bait. Welche Unterschied macht es? Was würde sich ändern, wenn ich dir gesagt habe? Wir wissen nicht, aber nicht zu wissen, sicherlich hat es uns keinen Ort gebracht. 2 Millenien, Spiriks kamen in dieser Welt. Spirits perished. Natur wittert und stirbt. Menschen begannen zu folgen den Weg der Annihilation. Deshalb habe ich alle Spirits und Annihäuser gegeben. Und ich habe Menschen geboren, mit der Möglichkeit zu produzieren Manna. Es war dann, dass ich Rezamaxia kreiert habe. Und sie alle in der Nähe, um ein Hafen aus den Spiriks zu geben. Der Welt ist ein Arch, das muss nachdem Olympias fallen. Kein Mensch kann nachdem. Also, was? Wir nur schütteln, bis Olympias stirbt. Das kann nicht der einzige Weg, um die Menschen und Spirits zu retten. Das ist. Aber in dieser Zeit, die Menschen in Olympias werden alle sterben. Schlecht sie nicht. Ich hatte meine Menschen in den Spiriks zu erzählen, dass Spiriks nichts darin, sondern Annihilation. Aber die Menschen in ihrer Arbeit persistierten. Das ist. Außerdem, wenn sie die Spiriks in ihrer Welt entdeckten, sie verletzten drastische Annihilation. Sie verletzten ihre Annihilation auf Rezamaxia. Du musst dich an, was vor 20 Jahren passiert ist. Das muss man mit dem Schirm abstehen. Ja. Ich kann nicht verlassen. Deshalb habe ich den Musa als meine Reaktion, um zu retten zu retten, um irgendwelchen Intrudern zu retten. Und zwar, einige Leute haben direkt in unter deinem Nied. Und diese Leute waren... Exodus? A clever lot. Sie verletzten meine Detektion, und fiel in die Gefahr. Also habe ich mit einem Plan. Exodus wusste, dass wenn ich sterbe, mein Schirm sterben würde mit mir. Ich wusste, dass mit dem richtigen Bait, ich konnte meine Reaktion aus der Gefahr. Das kann nicht richtig sein. Wait. Du meinst nicht... Ja. Ich habe eine Leben, die ich mit meinen Feen zu geben, in der Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit. Du wirst jetzt wissen, wer das ist. Mila. Wie könnte du? Aber sie wusste, dass sie ein Impostor war? Ich bin nicht so interessiert. Ich habe meine Worte in ihr Herz, und ich habe sie gegründet, zu glauben, dass sie wirklich Maxwell war. Aber das bedeutet, dass ihre Mission bedeutet nichts. Sie bedeutet überhaupt nichts? Natürlich. Sie war ein Kog in meine Maschine. Du wirst sie nicht sagen, dass sie das! Nichts hat sich verändert. Ich habe dir die Wahrheit gegeben, aber deine Reaktion bleibt. Du lässt deine Emotionen kontrollieren, und siehst du das, was du nicht verstehst. Und weiter geht die wilde Fahrt mit Maxwell. Und ja, mittlerweile hat er nur 56.000 kp. und er hat immer noch elementar die Schwäche gegen Wasser. Das können wir momentan immer noch ganz gut ausnutzen. und da kommt die Mystiker, die zweite. weiter. wird uns immer noch ein Grund, oder? Eine Wahrheit! Eine Wahrheit! Eine Wahrheit! Eine Wahrheit! Eine Wahrheit! Was bist du? Mila hat nie verändert. Nicht ein wenig. Im-possible. Hast du wirklich nicht versteckt? Du hast es alles falsch gemacht. Was? Hast du wirklich eine Mila created? Wahrscheinlich. Er scheint zu wissen nichts über sie. Mila verändert. Preposterous. Was bist du? Wir alle wissen, dass Mila niemals ihre Mission verabschiede. Und... Maxwell die dritte. Jetzt nur noch 49.000 Kp. Ja, jetzt hat er gerade seine Verteidigung geändert. Und zwar ist jetzt schwach gegen Erde und Resistenz gegen Wind. Und greift jetzt demzufolge auch mit anderen Fähigkeiten ab. Und Mystica die dritte von Maxwell. All will be led to one truth. One judgment that befalls us all. Elemental Wind here, alright? Two! I'm okay! My dad... One judgment that at the end. I will. No matter how many times you regain your feet, I will simply knock you down again. your life ends here that may be what you think but it's not for you to decide ridiculous look at yourself you can barely even stand up do you really think you have the strength to resist me yes i do i know that i do what did you say this is impossible you must you must die isn't that right i must be dreaming is this truly happening maxwell's mission to protect the future for all of us both human and spirit but how can this be was this the force doing uncertain uncertainty makes you weak you are you all sure about this oh how dare you okay jude let's go right here we go und damit ist mila wieder da und ja mila ist nun wieder bei uns in der gruppe ist plötzlich wie aus dem nichts erschienen und natürlich müssen wir erstmal punkte verteilen ich denke ich werde diese punkte verteilen bei mila aber rausschneiden da wir sehen sie braucht noch sie hat 37 punkte also werde ich das schnell mal machen und wir sehen uns gleich wieder im menü ja wird zeit dass wir maxwell zeigen wo der hammer hängt maxwell hat jetzt wieder voller hp aber das interessiert uns momentan erstmal nicht denn jetzt geht der kampf bis zum ende ich bleib erstmal mit elvin verbunden weil elvin die besseren wasser mit elvin habe ich die besseren wasser fähigkeiten den kann ich dem typen hier erstmal ziemlich schnell und zum schluss noch mal eine mystic art ins gesicht denke ich das sollte schon mal einen bleibenden eindruck zum start des kampes gemacht haben und maxwell hat nur 27.000 kp das heißt wir haben ihn fast wir haben über 40.000 kp innerhalb von knapp eine halbe minute abgezogen ich denke das kann sich sehen lassen ja bitte mal heilungskreise stellen am besten wäre noch release deine so jetzt ist er schwach gegen el und resistent gegen wind das heißt wir können aber weiter diese skill hier einsetzen und jetzt hat maxwell noch 20.000 kp und ja maxwell hat nur 9.000 kp und jetzt wird erstmal ein riesengroße lokale fallen schön ich mag krankenschwester 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 ist ein toller skill und ja maxwell hat nur 9.000 kp geht doch ziemlich schnell muss ich sagen hätte ich nicht gedacht dass wir doch so schnell den runterhauen wir haben den kampf geschafft wir haben 50.000 erfahrungen und 50.000 galt und es haben wieder mal ein level ab und unsere gruppe ist wieder komplett und mila ist wieder da hey Hi there. Hey! Mila! Elis. Leia. She's back! For real! For really real! I feel blessed to have lived long enough for this reunion, to think that we would meet again. This feels like a dream, but it's real, isn't it? I'm glad to see you, too. Welcome back, Mila. Thank you. Hey! Stay away from us! Or am I gonna have to finish you off myself? I do not understand. The Four, tell me, what is the meaning of this? I could no longer stand idly by and allow you to continue with this folly. Right. Exactly. So we decided to help Mila out and bring her to the spirit realm. How dare you! I gave no such order! Lord Maxwell, all people have hearts and minds, just the same as we do. You can't just treat them like tools, even if it does help save the world in the end. Maxwell, you may have been the one to give me my mission. Nevertheless, it was still my own mission. You exerted your own will. And that was a decision that came straight from your own heart. Yes. The world you created, seems to serve no purpose other than to exist. But, what kind of life is that for its people? I... We all just want to live. I suppose this is why I could not understand your actions. Human hearts truly are complicated things. Perhaps, my ignoring that fact is what ultimately led me astray. I shall dispel the schism. Are you serious? Maintaining the schism requires a tremendous amount of mana. Dispelling it will disperse this energy into the world. That should protect the world's spirits. At least for a time, anyway. It will grant us a reprieve of a few years. Possibly even a few decades, at best. Thank you, Maxwell. We'll figure out a solution. Both Reza Maxia and Olympias will live on together. We'll find a way. You have my word. So, Maxwell, you would step down from your rightful place as this world's god? Gaius? Answer me, Maxwell. I have grown weary of constantly being at the mercy of human hearts. Maxwell. If you wish to abdicate your throne as Reza Maxia's god, then I shall sit upon it in your stead. A mere human to replace me as my equal? How absurd. You are not worthy at all. It is not a question of being worthy. It is a question of actually being willing and able. If you cannot fulfill your obligations, then I certainly will. Not so fast. I'm afraid that's not gonna work for me, either. It matters not. I don't need your approval. Such power. It can't be. The Lance of Kresnik? What choice did I have? After all... You refused to tell me what I should do, now didn't you? Musei, have you lost your mind? I cannot allow you to destroy the schism! Maxwell, you shall serve as the cornerstone of your own world! What? It is my mission to protect the schism! My mission! Mine, mine, mine! Release me right now! That is an order! I'm afraid it's too late. You're always too late! Use it! Come to me! Are you prepared? Whatever my lord wishes. No! Stop now! You can't be to unleash it! Behold, Musei's true power! A sword that can slice through space and time! I don't expect we'll meet again. Farewell, my sister. You can't be serious! Why are you doing this? Gaius! For the sake of those who were killed, I will go to Olympias! And you shall return to Reza Maxia, where you cannot interfere! Come on, you gotta be kidding me! No! I can't hang on! Hang in there, Elise! Help! Help! I've got you! What can we do? Maxwell, no! Wait! What's going on? Not another one! Leave at once! This man is not worthy of the name Maxwell! We shall see! Everyone not familiar with Lee! Everyone, brace yourselves! מא� ol' врем We shall go Yok Where am I? Mila? Hey there. Good morning. Good morning. Hey, how are you feeling? I'm all right, but where are we? This is Balin's residence. Who's that? My cousin. You know, the one in Olympias. I could have sworn I mentioned him before. So that must mean... We made it to Olympias! Rise and shine. How are you feeling? Not bad. I'm fine. Balin, I presume? Yep. A.K.A. the guy who saved your butts. Not that it was a dramatic rescue or anything. Running into you was pure luck. Feel free to shower me with gratitude, though. Uh, sure. Hey, Balin, don't we seem, you know, strange to you? Maybe a little bit. I'm surprised you recognize me. It's been 20 years. That's Uncle's gun, huh? You should thank him for it. It's a little tricky thinking the dead. Oh, right. Good point. Huh, where is it? Your cousin sure is... Interesting. He's an odd bird. Even for Olympias. You looking at my leg? Uh, no. Jude! Ah, don't worry about it. Childhood mishap. Calibration complete. Balin, stop. Why? Hey, that's... I didn't think folks from the other side would have seen one of these before. Aspyrix. Hold your horses. Huh? Life would be a drag without it. Literally. Oh, you're probably all starving. Why don't you mosey around while I whip something up? It's your first time on this side after all. Und damit sind wir in Triglef angekommen. Sprich, wir sind jetzt in Olympias gestanden. Und ja, Maxwell wollte uns helfen, wohl allerdings von Gaius und Mosey aufgehalten. Mosey hat sich jetzt Gaius angeschlossen, da Maxwell ihr keine Befehle mehr geben wollte. Und da der Part jetzt leider durch die ganzen Zwischensequenzen schon wieder sehr lange geht, machen wir in dem Fall jetzt hier auch Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.